In den Winterferien bekommt das Fantechnikum in Wismar Besuch vom Experimentemobil aus Mannheim. Anlässlich des Röntgenjahres 2020 bietet das Team unter dem Titel Expedition durch das elektromagnetische Spektrum Entdeckt mit uns die wunderbare Welt des Lichts verschiedene Experimentiereinheiten an. Die Dauer pro Einheit beträgt zwei Stunden. Vom 9. bis zum 14. Februar bleibt das Experimentemobil in Wismar. Außerdem widmet sich das Fantechnikum in den Winterferien dem Thema Seefahrer und Entdecker. Anlass ist der tausendste Todestag von Leif Eriksson und die laufende Sonderausstellung von Fritz Hackert. Vom 18. bis 23. Februar bietet das Technikmuseum zum Thema Seefahrer und Entdecker Workshops und Führungen an. Und zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.